Zwei alte Herren sitzen beieinander im Altersheim. Der eine Herr hat vor sich eine blaue Viagra liegen. Zerstampfte. Nimmt den Bierdeckel, schiebt es da rein, zieht es auf, sagt er. Herrs Piper, was magst du? Sagt er bei mir, spürt sich Sex nur mit dem Kopf ab. Das ist auch kein Koch, jetzt. Großartig. ARD Text im Auftrag von Funk